... ... ... Ich wusste genau, dass da hinterher liegen muss eigentlich. Und hab die ganze Zeit irgendwie gehofft ein Bein zu sehen oder so. Und dann statt einfach mal nüchrein die zu werfen, was ich hätte machen sollen, ey. ... ... ... Der Bio-Gefahrgut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Alter. 6 Kills, der eine, 4 Kills, der andere. Der Rest ist komplett unfähig aus dem Gegner-Team. Nicht in der Küstenwache. Hab ich die im Keller gehört? Nein, auch nicht im Keller. Ja, ähm... Schleiberraum wie wir, ne? Kaffenbüro. Na toll. 10 Sekunden. Oh, bändelnd mit Schallnämpfer. Ist das dein Ernst, Junge? Wie tief kann man sinken? Jäger macht sich oben schon auf. Jäger macht sich oben schon auf. Nicht da hochlaufen, hier rechts. Ja. 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 Ich fliege einfach schon die erste Kugel. Ich kann nur so ein Kran oder sowas sehen, da fliegt die erste Kugel. Ey, fuck you. Richtige, ehrenlose Raster, sag ich dir. Alter. Alter, wie viel Rückschluss hat ein Scheißfleck jetzt Waffe. Jäger muss mega stark angehörtet sein. Gott, Mann, diese Fliege, die sind so nervig, die landet auf meinem Bein. Ich hab Jäger ziemlich stark angehört, der wird ja nicht mehr oben sein, würde ich sagen, Melvin. Ja, doch. Hey. Ne, Bandit. Alter, was ist das? Schöne Abfahrt, Mann. Diese kleinen, hohen Kinder. Sag ich, ja. Alter, unten in der Garage, guckt einfach mal. Alter, das Spawnpielen ist so ein Abfahrt. Warum können die es nicht mal irgendwie komplett, dass man gar nicht überhaupt nicht spawnen biegen kann? Ja, das ist einfach... Also ich meine, aus dem Fenster raus ist okay, aber hier wurde schon Spawntrap gepatcht, der meiner Meinung nicht vorhanden war. Aber alle anderen in die Scheißgarage, vor allem, zählt nicht als draußen. Ja, das Kanal, oder? Ja, das ist mein Dreck. Ja, das ist mein Dreck. Das ist so nervig, Scheiß Spawntrap. Mann, du... Ja, mich kotzt das auch richtig an. Du, ich stehe zum Spawn auf uns, ne? Einfach unerwartet einen weg von uns. Scheiß Pussy-Taktik. So, ob wir die nicht kämpfen können. Danke. Keine Frau. Es fehlt nur noch Jäger. Der war hier in der Nähe. Er verpisst sich. Schau einer an. Warte. Schon wieder am anderen Ende des Hauses. Jetzt geht der Endraum. Jetzt hat der Schiss, der Hund. Ich müsste hier eigentlich durchschießen können. Ja, da sind nur so Metallwaren. Aber hier leider nicht. Er kommt hoch. Ja. Ne, macht Fenster zu. Ich denke, du kommst von außen wahrscheinlich. Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit hab, aber... in Anbetracht dessen, dass es die letzte Runde ist. Ja, geil. Scheiß, wie hier egal. Scheiße. Ist der da noch? Ne. Er rennt, glaub ich, hoch. Oder er ist woanders. Ne, er ist in dem Loch. Da, da ist das Loch. Da ist er rein. Durchgeklettert. Ist das Loch bei dir da. Da. Gegner eliminiert. Einerdruck erfolgreich. Er muss auch angehütet gewesen sein, aber der Call war sehr wichtig.